Ja, Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen hier bei eurem Bruderziehen in Youtubers Live. Kurz vorweg, was machen wir heute, was könnt ihr so erfahren? Ja, ich würde sagen, zum Beispiel wird es neue Infos zu Chelsea geben, eventuell. Neue Infos zu Technik und Spiele und natürlich, wie schaut es aus? Werden wir für immer in dieser WG wohnen bleiben, wo natürlich nur ein Zimmer ist, oder werden wir in nächstmögliche zu Hause ziehen. Dies und das seht ihr alles jetzt und mal schauen, was draus wird. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, seid gespannt. Ja, so, dann fangen wir mal an hier. Wir sind ja ein bisschen hungrig, sehe ich gerade. Machen wir mal was essen. Wir haben ja noch ein paar Salate. Ich glaube, da müssen wir auch demnächst mal wieder einkaufen gehen. Aktuelle Aufgaben haben wir ein Spiel kaufen, noch Party-Tier, also wir müssen noch auf zwei Partys gehen und VIP-Sachen machen. Ähm, ja. Legend of the Buddhist, Gameplay Nummer 1, hat 44 Dollar eingebracht. 24 Dislikes. Ja, 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 ich meine, neues Gaming-Video. Oh, das sieht nicht gut aus. Dann nehmen wir das hier. Ja, 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 momentan ist das Spiel natürlich an sich, ähm, ja, recht einseitig, möchte ich sagen. Aber ich vermute mal, so nach den Bildern, die man so gesehen hat, im späteren Verlauf, äh, wo man dann so, ja, eine größere, wie soll man sagen, eine größere, Gemeinschaft hat, und vielleicht sogar ein eigenes Netzwerk, dann wird's, glaube ich, interessanter. Ja, ich verliere Abonnenten. Super ein gestohlenes Video, da ich gleich wieder Strafe zahlen. Unlustiger Kommentar. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben 16 Punkte, müssen heute drei Bilder machen. Äh, machen wir lieber das hier, weil das mit neun Punkten ist doch schon ziemlich haarig. Ah, super. Also machen wir doch neun Punkte. Und kriegen jetzt bestimmt kein Ende hin, ne? So. Ja, ein Ende können wir nicht. Umgelaufen. So, Waller 10, dann gehen wir mal bearbeiten. Ich glaube, wir müssen mal einen neuen Style hier haben. So. Wir müssen ja echt gucken. Hm. So, dann. Der Kontrast, das. 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 Das war auch mal. Ich sag mal, 47%. Das wurde nicht so gut. Egal, wir landen's hoch. Kriegen wir gleich eh ne Meldung mit. Du darfst jetzt erst mal Geld bezahlen. Aber bis dahin kannst du arbeiten gehen. Wir machen mal Verkäufer. Ja? Was sagen unsere Netzwerke? Oh, Kelsey. Verrückt. Unsere Kelsey oder Chelsea hat irgendwas gepostet. Verrücktes Haar ist wieder da. Erika. Ja. Doch, folgen. Ich muss mal ein bisschen chatten. Danach kannst du nicht schlafen. Komm, wir hypen das mal. War so mit. Ah, hier. Ja, ja. Du darfst gleich ins... Nachrichtigung. Ach, ihr seid ja legal. Steht auch nix an. Jetzt mal hier dein Zuhause. Oh, ich könnte umziehen. Ui, das ist ja cool. Ähm. 320 Dollar monatliche Miete. Dafür habe ich 8 Mbit Upload und 2 Arbeitsplätze. Was ja cool ist. Ja, komm, dann sparen wir uns erstmal ein bisschen was an, bevor wir umziehen. das wird so langsam was sagt mein kanal ich habe fast eine million aufrufe fast 80.000 abonnenten und hab schon fast 1000 dollar verdient also schon 1000 dollar das ist jetzt hier mit den netzwerken luxuswohnungen brauche ich dafür bei total media sind die monatliche ziele 100.000 da ich habe gerade ha weit dann na komm machen wir mal ende mit chat und vor allem müssen wir da mal essen kaufen gehen weil sonst haben wir bald ein problem wir werden ja jetzt komischerweise nur von salat ist euch das schon aufgefallen so wir können jetzt ein bisschen teurere sachen holen war perfekt aber das ist echt teuer hallo volatil ich habe gehört dass du ein paar richtig coole spieler als ich du musst arbeiten wir brauchen jetzt money zum umziehen money einladung zu einer veranstaltung ist das was denn einladen zu einer veranstaltung krieg 64.000 ip immer dahin da kommen wir gehen eindeutig mein klinger vielleicht hat auf jeden fall fürs level ab zu level 13 mal gucken aber nein 16 juni also zwei tagen ist das guck mal wieder eine verpackte tier wir müssen uns vor allem dann in der nächsten wohnung wenn wir sie dann haben mal richtig hinsetzen hier ist ja schrecklich deko kaufen unser zimmer ist so leer jemand ruft an hallo mein name ist isabel und ich rufe wegen einer bank angelegenheiten wir würden ihnen gerne unsere verbraucherkarte ausrasten auch nicht so cool macht nichts schlafen übrigens unsere drei bildschirme machen sich doch richtig gut na ja sagen was er wollt hier ich auch gern so du hast geschlafen aber eine ps3 kommt bald dann schummeln wir wieder mal ein bisschen sind dann 240 dollar die wir damit machen naja müssen wir gerade mal gucken wir hatten doch irgendwo mal was stehen so thema finanzen wo waren das noch hier 364 momentan monatlich wo ist ein scherzi die macht gar nichts ach bestimmt dann in der nächsten wohnung mit den zwei arbeitsplätzen kann ich dann auch mitarbeiter einander lade ich sie ein glaube ich wenn das klappt und trainiere ich die dann darf sie mir helfen ja dann kann man bestimmt so spät dass sein eigenes netzwerk auf haben eine million aufrufe mega kanal ultra der burner beste kanal ok genug gesponnen das ist jetzt einmal schlafen schön ist das interessiert das event wohl irgendwie nicht wir haben nämlich schon den 18 guck mal wie müde er ist keine zeit no time no time so wir haben burger gekauft ne uhr ach mist also hat sie doch interessiert so ein must was dreitausend abonnenten verloren das geht ja mal gar nich ok neues spiel einkaufen verkaufen wir auch für unser play scene neues game ähm mal gibts eigentlich was neues tablets gibt es noch keine sp brauchen wir eigentlich noch ne und die xbox aber da war es dann nicht ähm war das hier hm aber der computer ist schon wieder kaputt battlefield 2 naja ist ok ich reparier dich ja gleich the walking pad lol gar keine ähnlichkeit ne äh kann man das nicht datieren nach neuester warte mal meine konsolen das war für die ps2 ne ja ja akzeptieren ok ähm dann wird das das hier sein ok ja ist das neueste ok ja ist das neueste kaufen doch uninteressant ist heute mal ne playstation so du erstmal reparieren dann hier ein neues gaming video ähm und zwar erstmal wo ist meine playstation wo ist meine playstation ne ja ne ja ne was ist denn das denn kack jetzt ganz saft der ärgert mich ja jetzt schon ein bisschen gerader hm mal aber dann hier zeig ein das hat mich jetzt ein bisschen aus der bahn geworfen ehrlich gesagt ich hab doch ne playstation ich hab doch ne playstation ich hab doch ne playstation ach da ist er auf einmal wieder was komisches komische konsole verschwindet erst dann kommt er wieder ernster kommentar mal ganz ehrlich hier ne ja ist schön dass die 3 da ist so ne ja ha ha so was haben wir denn noch da wir machen einen singen kommentar lalalalalalalala jetzt meinen ganz ernsthaften kommentar so komm boah das ist viel zu viel viel zu viel jetzt brauche ich das kleine ende komm 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 ja unten absprung na schön na ich brauche mehr ich komm da bald an mehr so der ist auch repariert eins drei vier äh 5 ne so und so das 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 ist das 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 unter money in der tasche ja ich hätte das doch mit dem anderen halten sein ist 20 dollar schon alien schweißel post ich glaube da machen gleich noch ein video von ja das tut mir leid dreimal dann machen wir das neue video und dann haben wir unser ziel für heute eigentlich schon erreicht schmeckst du das die ja dann machen wir jetzt noch von also dafür machen wir gleich noch ein video gameplay 2 ultra deluxe nennen wir das dann ergebnisse anzeigen wie schaut es denn aus 40 dislikes 2000 likes aber 161 dollar eingenommen damit haben wir geld bekommen jeder lädt heutzutage wieder so wenn es so weitergeht wird meine großmütter noch youtuberin sollte sie mehr bekommen und dafür intro mit effekten das lange war zu viel super dones desert wurde von honey playstation 3 studios so du darfst dann schlafen dann darfst du essen guck mal wie er ankommt danach darfst du dich erst mal umziehen und dann machen wir ein video und dann machen wir feierabend dann ziehen wir in der nächsten folge um in unser zweitzimmerloft und schauen mal was so 8 mbit upload und ein zweiter arbeitsplatz zu bringt wenn das als luxuswohnung gilt wäre das natürlich mega cool das bedeutet dann dass wir da auch endlich einer beim netzwerk beitreten können und dann nicht mehr ganz so alleine wären jetzt ziehen wir mal rot an brille ja akzeptieren so jetzt haben wir gesagt jetzt machen wir noch ein letztes video gameplay äh video gameplay wie sich das anhört das ist auch nur noch 61 prozent also das hier können wir schon mal verkaufen ok jetzt haben wir geschenkt bekommen und verkaufen ist schon gemein komm video starten ich dachte gameplay fortsetzen gameplay 2 ultra deluxe deluxe ich bin sein vater nein bist du nicht ähm mal wieder was das gibt wieder strafe lustiger kommentar her ne ich krieg wieder strafe ein feierlicher streich mit ja das hat geklappt hier dann ein fachlicher kommentar mit oder meine damen und herren sie wissen schon dies ist ein scheiß ich hab nur kacke erzählt nein natürlich quatsch mist wir haben nichts passendes mach mal kurz ein kommentar mit ey das war cool wow wow und ein outro was wir nicht kriegen ja weil wir nicht genug aktionspunkte haben nein danke jetzt möchte ich nicht ich geh nachher ins kino tatsächlich so erstmal das geklaute video dann kommt das dann sagt er hey wir wollen dich und äh wir haben miete bezahlt äh wir machen es einfach zack zack und wir haben 32 punkte und wir rennen mit dem mistier von dem wir tetras spielen so klicken 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 hochladen so jetzt warten wir noch kurz ab was akzeptieren wir haben miete bezahlt wir haben miete bezahlt während der lädt kann man schlafen so dann gehen wir nochmal währenddessen aber in zwei mal damit fällt es hier nicht so doof rumstehen und warten demnach sag ich jetzt schon mal ich danke fürs zuschauen ihr lieben wenn ihr bock habt dass es auch weiter geht lasst mir gerne bitte einen daumen nach oben da ich würde mich auch über einen kommentar freuen wenn ihr was zu kritisieren habt dann macht das natürlich am besten konstruktiv bitte ne nicht so hey du sondern hey es wäre cool wenn oh was war das denn ähm ja würde mich auf jeden fall freuen abo gerne daumen kommentar ihr dürft auch das verteilen was auch immer macht was ihr wollt ne nicht was ihr wollt aber ne ihr wisst schon würde mich freuen wenn ihr dann bei der nächsten folge wieder dabei seid in der nummer 6 dann glaube ich wir sind jetzt gerade in der 5 und 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 ach so hier ach so hier ach nee hochland ja würde mich also freuen ich sag da mal bis demnächst danke fürs zuschauen hauen sie rein wir waren pennen und bis demnächst Joe das war ja Wohler Tönen in Youtubers Life mit dann mich che da da ja